Rezitation 1 Gita Dhyanam Om, o Bhagavad Gita, mit der Partha Arjuna von Gott Narayana selbst erleuchtet worden ist und die in der Mitte des Mahabharata vom alten weisen Vyasa verfasst worden ist. O göttliche Mutter, Zerstörerin der Wiedergeburt, Spenderin des Nektars, des Advaita, Lehre vom Einssein aller Wesen, uns die 18 Kapitel umfasst. Über dich, o Bhagavad Gita, o zärtliche Mutter, meditiere ich. Zweitens. Verehrung dir, o Vyasa, dessen Intellekt mächtig ist, dessen Augen voll entfalteten Lodesblüten gleichen und von dem die mit Öl des Mahabharata gefüllte Lampe der Erkenntnis entzündet wurde. Viertens. Gegrüßt sei Krishna, der Parijata-Baum, der Kalpa-Taru, der denen, die bei ihm Zuflucht suchen, alle Wünsche erfüllt, der in einer Hand die Peitsche hält, das Symbol des Wissens schwingt und den Nektar, der Bhagavad Gita, melkt. Viertens. Alle Upanishaden sind die Kühe. Krishna ist der Melker, der Kuhhirte. Partha, Arjuna, ist das Kalb. Menschen von reinem Verstand sind die Trinkenden. Die Milch ist der großartige Nektar, der Bhagavad Gita. Fünftens. Ich grüße Shri Krishna, den Weltenlehrer, den Sohn Vasudevas, den Vernichter von Kamsa und Janurda, Devakis höchste Wonne. Sechstens. Mit Keshava als Steuermann überquerten die Pandavas wahrlich den Fluss der Schlacht. Bhishma und Drona waren die Ufer. Chayatrata, das Wasser, der König von Gandhara, der blaue Lotus, Salaya, das Krokodil, Gripa, die Strömung, Karna, die Welle, Ashwatthama und Vikarna, die schrecklichen Alligatoren und Duryodhana, der Strudel. Siebtens. Möge uns dieser Lotus des Mahabharata, der im See der Worte Vyasas erblüht ist und süß duftet nach der Bedeutung der Bhagavad Gita, dessen Staubgefäß zahlreiche Geschichten sind, denen die Reden über Hari zum vollen Erblühen bringen, der die Sünden des Kali-Yuga vernichtet und aus dem die Bienen der guten Menschen der Welt Tag für Tag Freude volltrinken, Gutes bringen. Achtens. Ich grüße diesen Mathava, Krishna, den Quell höchster Wonne, dessen Gnade den Stummen zum Redner und den Krüppel zum Bergsteiger macht. Neuntens. Gegrüßt sei dieser Gott, den Brahma, Varuna, Indra, Rudra und die Maruts mit göttlichen Hymnen preisen, den die Samasänger in den Veden und deren Angas besingen, in den Pada- und Krama-Methoden und den Upanishaden, den die Yogis sehen, wenn ihr Geist durch Meditation in ihm aufgegangen ist und dessen Ende auch die Heerscharen der Götter und Asuras nicht kennen.